Suchst du nach der Liebe? Ja, zweifelsohne ja. Ich will nicht allein sein. Ich will jemanden finden. In meinen 33 Jahren hatte ich kein Date. Ich muss viele Frösche küssen, um den richtigen zu finden. Nee. Jeder ist anders. Richtig. Ob im Spektrum oder nicht. Trotzdem wollen wir alle das Gleiche. Respekt, Verständnis und ganz viel Liebe. Mein Autismus wirkt sich auf mein Sozialleben aus. Ich werde Themen fürs Date googeln. Siehst du das Fettgedruckte? Jetzt wird es ernst. So findet er vielleicht die Liebe. Ja? Ja. Mein perfekter Partner wäre jemand Besonderes. Wir sollen uns aufeinander verlassen können. Eine tolle Frau zu haben, das wäre ein absoluter Traum. Es ist schwer, jemanden zu finden, den ihre Diagnose nicht stört. Na dann mal los. Sorry, ich bin ein bisschen nervös. Alles in Ordnung? Ich auch. Du bist zu heiß. Ich kriege einen Lachkram. Hast du Träume? Mein Traum ist es, jemanden zu finden. Und da treffen wir uns zum ersten Mal und ich finde dich sehr nett. Ich mag sie sehr. Das hat richtig Spaß gemacht. Du bist mein Löwe. Und ich bin deine Löwin. Das ist schön, wie du meine Hand hältst. Auf uns Autisten und darauf, wie wir durch dick und dünn gehen und bald die Liebe finden. Was willst du später mal machen? Stell dir vor, wir beide erleben ein Abenteuer. Das erkenne ich an deinem Herzen und an deiner Seele. Das ist viel wichtiger. Und das ist wahre Liebe. Ein neues Kapitel. Yes!